Wir lieben Bio. Weil es ist einer der schönsten Flecken der Schweiz. Ja... Das sehen nicht alle so. Schon gar nicht in der übrigen Schweiz. Dort haben wir immer wieder mal negative Schlagzeilen. Das ist auch ein Grund, warum die Wirtschaft in der Region Probleme hat, besuche ich nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bio tun sich schwer mit der Vorstellung, hier zu leben oder zu arbeiten. Bewerben. Kehren Bio. Und haben tausend Fragen. Und Bedenken. Und das hätte es auf eine Idee gebracht. Und zwar, wie einfach wäre es für Bio interessiert dich? Wenn sie hier eine Kollegin. Oder einen Kollegen hätten. Jemanden, wo sie alles fragen könnten. Wo sie zusammen ein Bier oder Kaffee trinken könnten. Und den speziell Bio-Groove erleben. Und genau da brauchen wir dich. Wir suchen jetzt Kolleginnen oder Kollegen. Die dann verunsicherten Leute. Die Wahrheit über Bio erzählen. Oder auch zeigen. Komm auf unsere Webseite. Willkommen in Bio.sehe. Und melde dich an. So wie ich. Bis bald liebe Kolleginnen und Kollegen. Ici c'est bien. Und da sind alle. Und da geht's mit Wasnam. Und da sind alle. Übermelde dich an. Und da sind alle.